Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, mein Name ist Sie aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute eine kurze Folge zum Thema Terra Luna. Ja, und ich habe gesehen, einige von euch haben dann noch gefragt in den Kommentaren und auch auf Discord, inwiefern es sich lohnt, vielleicht noch in UST oder in Luna sich reinzukaufen für 100 Euro oder 100 Dollar oder so einen kleinen Batzen. Damit bei dem bevorstehenden zweiten Snapshot, hier ist nochmal die Folie vom letzten Mal, dass man da ein bisschen was abkriegen kann von dem Airdrop. Und vor allem mit dem Hintergrund natürlich, dass durch die letzte Änderung angepasst worden sind, dass direkt zum Anfang, nach dem Airdrop, 30% freigeschaltet wird. Das heißt theoretisch, wenn ihr 100 Token geairdropped bekommen würdet, könnt ihr direkt in der ersten Stunde 30 Token von den 100 Token abverkaufen auf dem Markt. Und ob sich das lohnt, da haben sich andere mehr Gedanken drüber gemacht als ich. Und deswegen werde ich die auch entsprechend unten verlinken. Die sind nicht von mir, denkt dran. Mit Vorsicht genießen. Und der erste, genau, bevor wir dazu kommen, es gibt aktuell auf Twitter unter anderem, wenn ihr da unterwegs seid, auch einige Gruppen oder Ideen an der Stelle, wo ich gar nichts von halte. Also haltet euch ganz fern von solchen Ideen. Die sind ganz gefährlich und vor allem ihr wisst nicht, wer dahinter steckt. Man weiß, dass natürlich die großen Halter von sowohl Luna als auch UST bei den Wahlen liegt. Und auch bei Luna sind es natürlich die Validatoren. Das sieht man hier. Zum Beispiel die Validatoren halten über 40% der Luna vor dem Crash. Das heißt, selbst wenn man, sag ich mal, die oberen 100 Milliarden alle wegnehmen würde, würde dir nicht in den Genuss kommen, sag ich mal, einen Großteil der Luna oder, sag ich mal, signifikanten Teil davon zu besitzen, um überhaupt von dem Airdrop etwas abzubekommen, also mehr abzubekommen. Deswegen diese ganzen Aufrufe, Burn, Luna, da gibt es so eine Luna Burn und sowas, so eine, genau, ja, diese Dinger hier. Die könnt ihr alle in die Tonne klatschen, aber da halte ich gar nichts von. Und, ja, jetzt kommt es zu dem Rechner. Das eine ist dieser hier, ja, den habe ich auch bei einem der YouTuber aufgeschnappt. Das heißt, der berechnet für euch, könnt ihr hier oben selbst eingeben, ja, Post-Luna, praktisch, ne, bei dem Launch am 27. wird ja der zweite Snapshot gemacht, zu dem Zeitpunkt, wie viel ihr von diesen Token, also in dem Fall, wie viel Luna Token und wie viel UST Token im Wallet ihr habt. Und Pre ist natürlich, ne, da könnt ihr nichts mehr dran ändern. Also es ist also vor dem 5. Mai, äh, 7. Mai, bei dem ersten Snapshot, wie viel ihr dort hattet. Ja, und das rechnet für euch aus, ne, wie viel ihr eben zum Null-Zeitpunkt, also zum Genesis, ja, abbekommen an Anzahl an Token. Ja, nicht in den US-Dollar. Anzahl an Token. Und ihr seht schon, ne, selbst wenn ihr, sag ich mal, äh, ne, vor dem, bei dem ersten Snapshot Snapshot nichts besessen habt, ja, einfach halt für die Rechnung. Und jetzt, sag ich mal, ne, für den zweiten Snapshot explizit 10.000 UST bei 10 Cent wären das dann 1.000 Dollar, ja, und eine Million Luna bei dem aktuellen Kurs von, ich glaube, ähm, 4.0 hinterm Komma wären das nochmal irgendwie 100 Dollar. Kaufen würdet, würdet ihr insgesamt nur 49 Token bekommen, ja, und selbst wenn ihr, sag ich mal, nochmal das Ganze um 10, also 2.000 Dollar, jeweils 1.000 in Luna und 1.000 in UST zum aktuellen Zeitpunkt stecken würdet, würdet ihr gerade mal 90 Token abbekommen, ja. Ja, das ist, ähm, rechnet das für euch aus, könnt ihr ein bisschen rumspielen mit, wenn ihr wollt. Der zweite Kalkulator, der ist, ähm, der ist nämlich von Progressive Invest, das ist auch ein deutscher Kanal, kann ich euch empfehlen, der macht gute Content in der Richtung, also wegen Luna und so. Und, äh, der hat hier auch einen Kalkulator aufgestellt, da drin könnt ihr nichts ändern, aber ihr könnt ihn kopieren, ja. Und das habe ich auch gemacht. Was in seinem Kalkulator an der Stelle natürlich nicht eingerechnet ist, ist in dieser prozentuale Freischaltung zum Genesis. Und, ähm, er hat gesagt, ne, das ist seine Meinung, 5 Dollar, ähm, pessimistisch, 12 Dollar optimistischer Preis von dem neuen Luna-Token. Ich gehe nicht davon aus, dass es so hoch kommt, meine Einschätzung ist eher irgendwo zwischen 1 Dollar, ja, und, äh, 1 Dollar und vielleicht 2 Dollar, ja, wenn es überhaupt dahin kommt. Äh, das hat mit dem Hintergrund zu tun, dass die, natürlich bei dem neuen Luna-Token 1 Milliarde davon heraus, also, ne, das wird insgesamt eine Supply von 1 Milliarde haben. Und direkt beim Genesis, also beim, bei der, beim Launch werden ja 30% davon freigeschaltet sein. Das heißt, 300 Millionen von diesen neuen Luna-Token kommen direkt auf den Markt, ja, oder können direkt auf den Markt abverkauft werden. Und wenn man, sag ich mal, mit 1 Dollar rechnet, sind es, ne, direkt 300 Millionen. Und wenn man sich mal, ne, die Liste anguckt, die größten Projekte, also 300 Millionen, da sind wir etwa bei Platz, knapp bei Platz 100, ne. Und das sind natürlich die meisten Projekte, die haben, die haben keinen Hack oder sowas hinter sich, die haben nicht das Vertrauen verspielt oder sonst was. Das heißt, selbst bei 1 Dollar finde ich das schon schwer, dahin überhaupt zu kommen. 2 Dollar schon sehr, sehr optimistisch geschätzt, meine Meinung, ne, nur meine persönliche Meinung. Und vor allem, ich denke, da, ähm, sobald es losgeht, werden sehr viele Leute ihren Token dumpen, ja. Weil praktisch nach der Möglichkeit, die erste Chance überhaupt etwas dafür zu bekommen. Und, ähm, ich hab einfach bei mir mit 1 Dollar und 2 Dollar hier gerechnet, ja, 30% Unlock, hab ich hier eingetragen, die direkt praktisch am Anfang frei werden. Also, das heißt, wenn wir, ne, sag dem, bei dem ersten D-Pack-Event am 7. Mai, sag ich mal, wenn ich zu dem Zeitpunkt nicht gehalten hab, ja. Ja, und zum zweiten, ähm, Event, also Snapshot vor dem Launch theoretisch kaufen würde, ja. Nämlich diese Anzahl, 3.300, äh, 1.300, das hat der, ähm, Progressive Invest als Beispiel eingetragen, wir tragen einfach mal 1.000 Dollar, ja. Also nicht 1.000 Dollar, 1.000 Luna-Token und, ähm, na, nicht 1.000, machen wir 1.000.000 und, sag ich mal, 1.000, ähm, UST-Token zum Launch, also am 7., 27. Mai, in 4, 5 Tagen, wenn's pünktlich ist, dann käme ich auf ein Unlock-Menge, äh, von 8 Token, ja, ihr seht schon. Und optimistisch gesehen sind das 16 Dollar und pessimistisch 8 Dollar, ja. Okay, sag ich mal, ne, ich, ich, ich will zocken gehen, ich nehm einfach 1.000 Dollar für den Luna, ja, dafür krieg ich ca., ähm, müsste ich kurz rechnen, 1.000. Durch den 0,001, wir haben 100.000.000 Token, so, 100.000.000 Token und nehmen wir nochmal 10.000 Dollar für UST, stecken wir rein, kriegen wir 10.000, äh, 10.000 Dollar für UST sind 100.000. UST-Token, selbst dann, ja, krieg ich 833 von den neuen Token, die direkt freigeschaltet werden und wenn ich die abverkaufe, im optimalen Fall, aber im optimistischen Fall, krieg ich 3.600 zurück, das ist ein Sechstel von dem, was ich investiert hab, ne, nicht ein Sechstel, ein Zwölftel, ja, weil ich hab ja 12, 20.000 insgesamt hier investiert für die beiden. Ihr seht schon, ne, also die, die Wahrscheinlichkeit selbst, ne, wenn das Ding, sag ich mal, 10-fach, ja, da käme ich noch nicht mal auf die Hälfte, ja, die ich beim Unlock, ähm, bekomme. Man kann natürlich jetzt sagen, hey, ja, das sind nur 30%, wenn die restlichen 70% mit der Zeit freigeschaltet werden, würde ich insgesamt mehr bekommen, aber ich gehe persönlich davon aus, dass das Ganze eher weiter nach unten gehen wird, im Preis. Warum? So ein Ökosystem, ne, die nehmen das UST weg, das war das Fundament von diesem ganzen Ökosystem, ja, die viele Projekte haben ja da drauf aufgebaut, so. Das fällt weg, das heißt, das Anchor-Protokoll an sich hat da mehr oder weniger keinen Zweck mehr, ja. Ja, das ist nur noch zum Staking, ja, Bounding, also Luna in B-Luna, da kann man genauso gut, äh, einfach Luna staken, ja, bei den Staker, also Anchor, könnt ihr haken, ja, und dann bleiben halt die, die restlichen Projekte. Und wenn ihr euch praktisch ein bisschen in die, in die Köpfen der Entwickler, ja, die natürlich diesen Projekte, ne, ein Großteil Projekte haben gesagt, wir bleiben dabei, aber, sag ich mal, optimistisch oder, sag ich mal, eher realistisch gesehen, ja, wenn ich ein Entwickler wäre, ja, dann würde ich natürlich zusehen, okay, hier beim Event, ja, ich würde das so machen, ähm, ich sag ja, wir sind dabei, ja, damit wir natürlich entsprechend unsere Anteile abkriegen, ne, es gibt da diesen 30% für die Entwickler, die da, ähm, an die Projekte gehen, damit die dabei bleiben, aber, wie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ohne VC-Investition, ja, nach dem Millionen, ähm, nicht Millionen, aber Hunderttausende Leute abgebrannt worden sind, für das, von dem Projekt, dass neue Leute, so viele neue Leute reinkommen, um den Preis nach oben so weit zu schieben, dass es, sag ich mal, in Richtung 10 Dollar geht. Meine Einschätzung ist, dass es wahrscheinlich sehr gering ist, das ist der erste Punkt, also Wirtschaftlichkeit. Der zweite Punkt ist natürlich, ne, bei einem Projekt bleiben, dessen schlechten, sag ich mal, schlechten Ruf hat, ja, ich meine, ne, alle, die mich kennen, würden, ja, mich an der Stelle mit einem Projekt assoziieren, das praktisch wie ein Rackpool war, ja, praktisch sehr viele Leute geschädigt hat. Also, das heißt, will ich, ne, wenn ich, sag ich mal, rausgehe, sag, hey, ja, ich arbeite bei dem, äh, keine Ahnung, Pipapo-Projekt, ja, das ist aus dem Terra-Ökosystem, dann ist das das Erste, was in den Leuten, in deren Köpfen kommt, ah, okay, das Rackpool-Projekt oder, ne, das Crash-Projekt, das, ne, Millionen oder Milliarden vernichtet hat, ja, und da würde ich auch als Entwickler mir überlegen, ob ich nicht einfach den ganzen Quellcode oder die Logik habe, ja, und zu, einfach zu einem, eines der anderen Kosmos-Projekte im Kosmos-Ökosystem oder, ne, oder zu anderen Blockchains, ja, die mir mit echtem Geld, echt im Sinne von, ne, nicht Luna, sondern außerhalb Luna Geld und, äh, ja, und mit mehr Zukunft gehe, ja, und, ähm, das ist die Überlegung, die ich an der Stelle habe und, äh, ich vermute, dass aus Entwicklerperspektive, ja, dass viele innerhalb diesen zwei Jahre oder vier Jahre Investing-Periode absprengen werden, ja, es werden vielleicht einige neue Projekte dazukommen, ja, für das Terra-Ökosystem, aber ich tippe eher so auf eine Chance von 80-20, ja, dass das Terra-System ab 20 Prozent, dass es wieder hochkommen könnte, ja, das Terra-System ab 80 Prozent, dass es in der Versenkung verschwinden wird, ja, das wird sich vielleicht ein bisschen bäumeln, aufbäumeln noch und, äh, den einen oder anderen, ne, äh, vielleicht das, den Eindruck geben, dass es dem System wiederkommen könnte, aber, also ich, wenn ich, äh, Freunde, Bekannte hätte, die da drin, ne, ähm, investiert waren oder was abbekommen würden, ich würde meine Freunde oder Familie oder mich selbst dazu beraten, so schnell wie möglich am Anfang, na, direkt nach mit Genesis, Unlock, alles loszuwerden, wie es geht, ja, auch, sag ich mal, wenn man spekulativ damit, ne, in den nächsten Tagen, also nach dem Launch vielleicht ein bisschen mehr Geld machen könnte, ist meiner Meinung nach das Risiko nicht wert, da mit diesen drei Prozent, die man jetzt hier abkriegt, ja, das auch, wenn es nicht viel ist, überhaupt, ne, im System zu bleiben, denn es gibt einfach viel zu viele andere Projekte, die solide sind, die richtige Geld verdienen können und viel bessere Zukunftsaussichten haben, ja, das ist meiner Meinung nach mit dem Luna 2 nichts anderes wie ein Zocker-Projekt, das stelle ich auf die gleiche Stufe wie, wie ein, äh, Dogecoin oder, ähm, Super Shiba, ähm, sonst was, ja, und, ähm, überlegt es euch gut, also, ne, und, äh, diesen, ähm, diesen sowohl die, ähm, nicht kommentierte, aber erweiterten Formular als auch das Original von Progressive Invest, ja, ähm, gebt ihm gerne einen Daumen hoch oder ein Like auf sein Video, äh, auf das Video, was er, wo er das zur Verfügung gestellt hat, ähm, und, ähm, auch das andere, ja, werde ich euch unten verlinken im Video, könnt ihr gerne ein bisschen damit rumspielen, Fazit ist einfach, meiner Meinung nach lohnt, wenn ihr nicht drin seid oder wenn ihr diese Token noch nicht habt zum aktuellen Zeitpunkt, lohnt sich überhaupt nicht da rein zu investieren und das zu kaufen. Ja, das war's auch schon, ich werde wahrscheinlich ein Update machen, wenn das kurz vor dem Launch ist, wo der zweite Snapshot fertig gemacht wurde, ja, und, ähm, bis dahin, mein Name ist die aus dem Krypto-Kaffee, ciao, ciao.